Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Samstag und die Liebesbotschaft zum Wochenende ist wieder da und ich bin auch. Ich hoffe, ich habe gesagt, ich bin Irina. Und meine Lieben, was erwartet dich an diesem Wochenende? Irgendwie ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang in der Liebe. Vielleicht kennst du jemanden, der steht auf dich und steht auf dich schon etwas länger. Kann sein, dass er ist ein Künstler. Könnte auch sein. Oh ja, du gefällst ihm sogar sehr. Schaut mal, meine Lieben, das ist die Königin der Kelche. Das heißt, Frau seines Herzens. Du bist wirklich die Person, die ihn fasziniert, die ihn, ich sage mal so, du bist seine Mose. Du bist seine Mose. Und ich werde sagen, das erkennt dich schon wirklich etwas länger. Vielleicht, er hat deine letzte Beziehung beobachtet und kennt ein bisschen dich. Und, so wie es aussieht, dieser Mann ist bereit, um dich zu kämpfen. Was wird dieses Wochenende passieren? Sieht so aus, dass du bekommst vielleicht eine Einladung zum Ausgehen und ein toller Gespräch, meine Lieben, über die Zukunft. Manche von euch werden auf jeden Fall zu Hause überrascht und genauso eingeladen, meine Lieben, zum romantischen Diener oder so. Schaut mal, meine Lieben, hier sind mehrere verschiedene Varianten. Manche werden mit Freunden ausgehen und liebevollen Mann kennenlernen. Andere werden, so wie gesagt, zu Hause überrascht mit einer Einladung für einen zum Ausgehen, sich kennenlernen, tolle Gespräche, Familien, irgendwelche Unternehmungen. Aber das ist kein Feier. Ich sehe hier kein Feier. Hier ist mehr so regelmäßige Treffen mit Familie, meine Lieben. Auf jeden Fall, ich wünsche euch an diesem Wochenende viel Spaß beim Flirten, weil ich sehe hier auch Flirt, viel Glück in der Liebe, meine Lieben und alles Gute und alles Liebe. Übrigens, was ich sehe, karmische Begegnung, das wird auch ein Gespräch geben, der wird dich auf eine höhere Ebene steigen lassen. Viel Glück und viel Spaß. Alles Gute und alles Liebe. Tschüss, Papa, meine Lieben, schönes Wochenende.